Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Folge von Bruttich Fankel, mehr als nur ein Ort. Heute habe ich mal wieder ein bisschen Altertümchen bekommen. Anonym wurde mir eine CD zugetragen, die ich euch nun zeigen möchte. Dieser Film dauert knappe 18 Minuten, hat aber jede Menge Historie in sich. Es geht zum einen Brückeneröffnung mit dem Altbundeskanzler Dr. Helmut Kuhl, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Dann geht es weiter mit den nächsten Raritäten, 25-jähriges Winzerfest in Bruttich. Auch da jede Menge bekannte Gesichter, allein schon angefangen bei der Blastmusik, der gegen den Moseländer mit Tieserhelm vorne an der Spitze weggehend. Am Ende Hans Kohnsen, die Corona-Bürgerwehr ist mit dabei. Die ganzen damaligen Weinkönigin bis zu dem Zeitpunkt sind mit dabei. Weingott Bacchus, Ottmar Schneiders ist zu sehen und 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 und. Des Weiteren gibt es da noch zu sehen Karneval in Funkel, wobei ich aber nicht weiß, wo diese Veranstaltung war. Aber macht euch ein eigenes Bild. Wenn euch der Beitrag gefällt, lasst mir einfach mal am Ende einen Daumen oben da. Oder wenn ihr die anderen Personen erkennt, einfach mal einen netten Kommentar unten reinschreiben, ins Kommentarfeld. Des Weiteren gibt es noch gerne eine Neuigkeit. Ab sofort kann ich alte Videokassetten digitalisieren. Das heißt, ihr habt einen alten schönen Film über Bruttich-Funkel, überall in Veranstaltungen. Sei es Winzerfest, Kirmes oder 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 von Bruttich, von Funkel oder gemeinsame Veranstaltungen. Setzt euch mit mir in Verbindung. Ich hole mir den Film ab und werde ihn dann digitalisieren und ihn dann, wenn ihr wollt, anonym oder auch mit Namen gerne bekannt geben. Ansonsten wünsche ich euch nun viel Spaß in den nächsten 18 Minuten. Der Ton ist ein Originalton. Teilweise kann man Musik hören, beziehungsweise auch die Ansprachen hören, teilweise wiederum nicht. Ansonsten hört man gerne das Knattern des Projektors, wo der Film abgespielt worden ist damals. Und ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Bruttich-Funkel, mehr als nur ein Ort. Und nun viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.